Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Wir wollen hören, was hat Cristiano Ronaldo zu einem Wechsel zu Manchester City gesagt noch vor einigen Jahren. Wir hören jetzt mal rein. Ja und das ganze sind natürlich ziemlich brisante Aussagen in der jetzigen Situation. Denn wie wir heute Mittag schon berichtet haben, Cristiano Ronaldo steht kurz vor einer Einigung beziehungsweise kurz vor einem Wechsel zu Manchester City. Und das Ganze ist natürlich relativ brisant, weil er früher für den Stadtrivalen Manchester United gespielt hat. Und da wurde er natürlich gefragt, würden sie irgendwann zu Manchester City wechseln? Denn Manchester City hat natürlich diesen finanziellen Background, dass sie sich das leisten können. Und dort sagt er, nee, wie wir gerade gehört haben, sonst würde ich ja nach Katar gehen. Mit 30 Jahren, so alt bin ich im Moment, da würde ich natürlich nie das Geld bevorzugen, sondern vielleicht die sportliche Weiterentwicklung. Und deswegen sind die Aussagen natürlich jetzt so schön brisant. A, weil er natürlich zum Stadtrivalen wechselt im Prinzip von seinem ehemaligen Herzensklub und B, aufgrund diesen Aussagen. Es ist natürlich jetzt klar, dass jetzt alle Aussagen in dieser Form rausgesucht werden und man da schön nachforscht. Aber dessen muss er sich natürlich bei solchen Aussagen natürlich auch bewusst sein. Also er hat sie sehr klar getroffen. Er hat ja nicht gesagt, wir werden mal gucken, was die Zeit so hergibt, sondern er hat sehr klar gesagt, dass er das nie machen würde. Deswegen ist das hier so interessant. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Sowohl, was haltet ihr von Wechsel, als auch, was haltet ihr von diesen klaren Aussagen, die ihnen jetzt natürlich in die andere Richtung ausgelegt werden. Schreibt es einfach in die Kommentare. Wir sind raus, sagen bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.